Ich könnte Riki stundenlang beim Tanzen zugucken. Heiho, es geht weiter mit Let's Play Xenoblade Chronicles! Beim letzten Mal haben wir einen Arbeiter in der Nähe vom Leuchtturm vor unglaublich brutalen Monstern gerettet, die ihn angestarrt haben. Fast so schlimm wie das elegante Marin, das sich vor Ivan versteckt hat. Die Monster in dieser Welt sind schon sehr, sehr schlimm, muss man sagen. Und jetzt wollen wir mal zurück in die Stadt, wobei ich gerade nicht ganz genau weiß, wohin. Gehen wir mal zum Eingang vom Palast und schauen, ob ein Questpfeil auftaucht, der uns anzeigt, wo wir hin müssen. Diese Richtung und ein bisschen nach oben. Oh Spaß! Oh Spaß! Okay, irgendwo im Schloss müssen wir hin. Ich renne einfach mal hier rüber. Ist hier ein Weg? Vielleicht ist da hinten wieder so ein Fahrstuhl. Ich glaube, da gab es mehrere Fahrstühle, die zu verschiedenen Orten geführt haben. Könnte das sein, dass hier ein Fahrstuhl... Nein, hier ist nur ein krasses fliegendes Ding über coolem Wasser. Uh, so eine Statue. Oh! Hm, ist das eine Kriegerin oder so? Oder ein Krieger? Haar. So. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen... ...nach oben. Fahrstuhl? Kann man hier rein? Nee. Kann man da drüben rein? Aha, hier ist was. Müssen wir hier hin? Oh Gott, ich hab doch keine Ahnung, Leute. Ich hab doch keine Ahnung. Ähm... Oh! Ha, perfekt. Wow. Wow. Irgendwie scheine ich mich hier besser aus zu kennen, als ich dachte. Ha. Hey, du. Vielen Dank für die Rettung unseres Mechanikers. Wir müssen müde sein. Bitte ruht euch aus. Äh, ja. Ausruhen. Deswegen sind wir hier, Kumpel. Wir müssen hier... Wir müssen hier... Es sieht aus wie eine Art Ceremonie aus. Meine liebsten und liebsten Subjekte. Saurian Antiqua speaks. I have been your Emperor for little more than 20 years. But today I stand before you in celebration. So that's the High Entia Emperor, Saurian Antiqua. I will remain your Emperor for years to come. But now is the time to announce my successor. May I introduce your crown princess? And there's the lady herself. Melia Antiqua. It's... it's her. She's... she's a princess. Took you long enough. Her silver spoon accent was a clue. But royalty? My daughter, Melia Antiqua, will depart immediately to face the tomb. She will seek the approval of our ancestors. And become your crown princess. Alice and Iris will never return. A humanenz Difference Tell me your parents to have a secret name performer. Because the A human mutation, These days laterуля stirtesten Mr. Kpoch. The cグal거야ate Psycho- Die Menschen sind schrecklich. Keine Maske kann das Mädchen verraten Blut verraten. Für den ersten Konsort, alle Fähigkeiten sind in Ordnung. Sag das Wort, und der Homs gebeten wird nicht mehr sein. Der Savige, der Feuer findet, bleibt ein Savige. Entschuldigung oder nicht, seine Hinesse wird ein Blind Eye auf ihre Feind. Und ihre Begründung wird Melya von ein paar kräftige Alliäisen. Wie du sagst. Mutter? Wir fortschalten, um die Wettbewerb zu verbreiten, indem wir diese schreckliche Tradition, von einem High-Endtia-Ist-Konsort und einem Hons-II-Konsort. For how long must I suffer these Homs? Do your duty, Tyreia. As you wish. That mask. Melia. I don't doubt that was Melia. But why the mask? I don't know. But she's different from the other Hyentia. How do you mean? Melia not like other bird people. Melia like Hom Hom friends. You might be right. But there are things at play here we can't understand. Wait a minute! Oi! You'll give our Homs a heart attack shouting like that. We've got no time to lose. Melia needs our help. Again? You had another vision, didn't you? What did you see? Out with it already. I'm afraid you've already eaten your last meal. Oh, 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 oh. Das sieht alles nicht gut aus. Vor allem seit dieser Spoiler-Vision von Shulk absolut nicht gut aus. Das heißt, wir müssen Meli retten. Und vorher an diesen bösen Wachen. Kann man sie Wachen nennen? Eigentlich nicht. An diesen Assassinen vorbei. Ich glaube, das trifft schon besser. Hey. Wow. Keine Chain Attack. Hört ihr auf. Hört ihr auf damit? Hört ihr? Aua. Die haben mich umgeworfen. Hey. Hey. Äh. Hilfe. So, das sind definitiv viel zu viele. Der Teil des Mons wird zumindest die eine hier erledigen. Und dann kann ich hier rüber. So. Weg mit euch. Weg, 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 weg. Nein, ihr macht nicht schon wieder eine Chain Attack. Denkt gar nicht erst dran. Ah, 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 ah. Ich werfe dich einfach um. Jetzt klappt. Sieht nicht so aus, hätte ich geklappt. Und die machen schon wieder eine Chain Attack. Boah, warum kriegen die ihre Leiste so schnell voll? Die cheaten bestimmt. Hm. So, was die können, können wir auch. Haha, Chain Attack Time. So. Rote Kette mit so einem schönen roten Draufhautien, was den Kriegsschwurm, der aufgrund so mehrere trifft. Ja, das klang gut. Sehr gut. Ähm. Backslash. Oh. Das hat irgendwie nicht so funktioniert, Schulk. Ja, okay. Verlängern? Ja. Nein. Vielleicht. Nicht wirklich. Ja. Jetzt sind es, glaube ich, noch drei. Ihr könnt die eigentlich immer noch eine Chain Attack machen. Aber wir wollen es mal nicht... Oh, die sind schon wieder. Die haben schon wieder aufgeladen. Da ist schon wieder der rote Strich zwischen ihnen. Geh kaputt. Geh kaputt, bevor du einen Chain Attack machst. Los. Weg mit... Oh, die haben schon wieder angefangen, oder? Ja. Die haben schon wieder angefangen. Meine Güte. Ah, ich habe dir eine umgeworfen. Genau. Dann dürfte ich dir eigentlich nicht mitmachen. So, ich könnte Schulk mal heilen. Plopp. Okay. Schulk, heil. So. Jetzt greife ich dich noch an. Chain Attack. Wenn ihr das ständig macht, kann ich das auch ständig machen. Ha. Nur gerecht, würde ich mal sagen. Erledigt. So, letzte. Dann können wir die Superattacken hier raushauen. Aha. Und zack. Warum macht Schulk eigentlich nur einen Schaden? Warum tust du das, Schulk? Das ist doch witzig. Während dem Kampf hier nicht so. Nee, jetzt macht er mehr Schaden, oder? Hm. Äh. Toll. Jetzt schlafen wir alle. Ja. So. Jetzt aber. Plopp. Kann man was klauen vielleicht zum Abschluss? Äterer Kraftbau. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Egal. Who are these guys? Schulk. These are Inquisitors. What is this? More of them! Wait. This is his highness Callian. Brother to her highness Melia. Melia's... Brother? Do not concern yourself, your highness. The matter appears to have been resolved. Seer Alvis. I foresaw the danger. I rushed here, but seemed to have missed the fun. They do not look like mere thieves. I am presuming they are Inquisitors of the Bionite Order. A group of assassins long devoted to the Imperial Family. Ridiculous. The Bionite Order are a mere... Myth. The Order existed before records began. I, like many others, believed they had long since died out. Yet here they are before us. Is father aware of this? I suspect he knows very little. He may not even be aware of their existence. They live amongst the shadows. Never revealing their true faces. But that does not explain why they would attack these people. Wait. Could that have been... No. There's no way. Callion. Melia is in danger. She'll be killed as an altar if we don't find her soon. Killed? How can you be so sure? Shulk and I share the same gift. Another seer? Which would mean that... You can see the future? That's why we have to find her. Now. Your Highness. As agreed, you will face the ritual alone. I thank you for escorting me. We wish you a safe return. As history has proven, all those who stake claim to the throne without merit will spend eternity as fallen spirits. I must prove my worth as the next ruler. And I am no less prepared to sacrifice my life than those that have fallen before me. Most wise, your highness. Watch your back, your highness. Unacceptable. Those who enter the tomb must do so alone. Her Leben, oder Tod, ist in den Handen des Fates. Diejenigen nicht zufrieden der Throne sind genau das. Du kannst wirklich nicht so denken. Das ist deine Frau. Das ist Melia. Easy, Rhyne. Aber Dunban! Dieses Ritual hat eine besondere Signifikation. Es ist falsch für uns, um zu interferieren. Ich mag es nicht. Aber ich glaube, dass die Regeln dieser Ritual nur Highentia verwendet sind? Und wenn ein paar Worte Homs verletzt werden, dann würde es nicht ein Problem geben. Oder ist es eine Regeln, die Homs zu verhindern, von in die Tomb? Nein, ich glaube nicht. Dann schau mal das so. Ich muss nicht wissen, wie groß die Ritual diese Ritual ist zu deinen Leuten. Was ich weiß, ist, dass deine Frau's Leben ist an stake. Wir lassen uns einen Ritual, und wir werden sie schützen. Sie sind ein Ritual, und wir werden sie verhindern. Mein Name ist Dunban. Ich bin ein bisschen die Protektor dieser Mechon-Baschung-Band von Homs. Dunban. Ich weiß dich. Du, in der Battle of Sword Valley, du hast eine ganze Waffe von Mechon-Band mit dem Monado. Du kennst dich viel über eine Waffe, die du nie gab es auf. Das war's. Ich bin nur ein Ritual. Wir haben uns nicht die Waffe von anderen. Die Waffe, beitre wir uns auf den Mechon-Band mit der Waffe. Ich war nur ein Ritual. Du hast deine Reise. Lasst uns Nelly retten! Sofort! So, wir sind, glaube ich, schon mal aus Versehen zur Gruft hingegangen, deswegen müssten wir uns eigentlich sogar hinteleportieren können. Gruft der High-End-Tier, jawohl! Perfekt! Dann kommen wir ja noch schneller als gedacht! Halte durch, Melly! Wir sind gleich bei dir! Sobald es geladen hat und wir noch ein paar Schritte gegangen sind, sind wir dann irgendwann mal da. Das ist die Tomb. Defensive measures prevent intruders from entering. Du musst es circumventen, um in die Tomb zu gehen. Eine Sache bevor wir kommen. Alvis, du kannst die Zukunft sehen, wie ich. Ich bin von einer langen Linen von Seers, dediciert zu servieren der Imperialen Familie. Meine Visionen helfen, um zu schützen den Empire. Aber du bist Homs. Ja. Ja. Aber das ist für eine andere Zeit. Meine Ancestinie ist nicht leicht zu verabschieden. Und meine Abilität zu sehen, die Zukunft ist ziemlich kompliziert. Du kannst sagen, ich habe mein eigenes Ritual. Ist es nicht das gleiche für dich? Nein. Meine Visionen plötzlich herausfinden, ohne Warnung. Erstens, sie sind obschere. Dann, als es näher geht, ich beginne zu verstehen. Es scheint, dass du ein Macht größer als ich. Nein. Ich habe noch nicht gesehen, wie ein Gefahr befallen, Herr Herr Herr. Nicht viel use als ein Seer, dann, hast du? Nichts passen dich durch, kann es? Jetzt verstehst du, warum ich für deine Hilfe habe. Was ein Glückwunsch, dass ich dich in Gefahr sehen. Eine Coincidence? Aber ich habe gesehen, dass du die Monado benutzt. Die Monado wurde durch die Imperiale Linie für Jahre alt. Die Waffe der Bionis. Die Waffe der Bionis. Sie verabschiedet werden, dass ihre Master's Bidding macht. Magnified großartig, Sie hat die Kraft, die sehr Farbe der Welt zu kontrollieren. Äther. Die Äther. Und deine Wille ist als Realität. Ich habe das gemacht. Und es hat sich. Das ist alles. Die Bionis. Die Bionis. Die Bionis. Die Bionis. Die Bionis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Albus ist der absolute Meister im In-Rätseln-Sprechen. So, unsere Dschungelkleidung passt natürlich optimal zu diesem absolut traditionellen, epischen Ritual hier. Und wir haben coolerweise die Technikbücher, die Shulk vorhin gekauft hat. Die sind jetzt auf magische Weise bei Melia gelandet. Und ja, das lesen sie erstmal. Das haben wir irgendwie schon. Aber wir haben die Technik dazu noch nicht. Okay, so, dann können wir jetzt endlich mal ihre Techniken weiterleveln. Ich glaube, sie haben hier viele Punkte. Naja, geht so. Haa, was leveln wir denn bei ihr? Was leveln wir denn? Hat sie irgendwas Neues, Tolles? Nein. Das heißt, ich müsste hier irgendwas leveln. Eigentlich ziemlich egal, welches von denen, oder? Das hier ist am stärksten. Dann leveln wir erstmal den Blitzruf. Okay. Nicht genug Punkte. Böp. So. Machen wir mal die Gratterprüfung, wo wir wissen, dass es garantiert irgendwie schief gehen wird. Oder Probleme geben wird. Und schon wieder cutziehen. Ich komm kaum zum Reden in diesem Part. Kontrollgerät, los! 2,512 cycles since last visitor. State your name and purpose. Melia Antiqua. I have come to be judged on my legitimacy to the throne by the ancestral spirits. Permission granted. Commencing analysis of genetic data. It's so cold. There are remnants of ancient spirits in here. This is no ordinary chill. As I explained before, Dunban, the defense systems are designed to prevent uninvited... Well, what does this do? Don't touch! Huh? Ach, Ryan. Irgendwie mag ich ihn für solche Momente. Elemente abfeuern! Wow. Bekommen wir jetzt das Tutorial für Melias Kampftechnik? Na gut. Wenn Melia allein kämpft, sollte sie sich nicht auf die Stärkung ihrer Elemente verlassen, sondern sie frühzeitig abfeuern. Beim Kampf gegen eine Überzahl empfindet sich einzelne Gegner, durch die Hypnose einzuschläfern. Wow. Techniken mit Flächenschaden wie Flammenruf können schlafende Gegner aufwecken. Okay. Okay, Spiel. Danke. Hm. Na gut. Aber man muss... Irgendwie ist das total schwankend hier drin, wenn man die Kamera dreht. Boah. Oh, okay. Ich fand's sehr cool, weil normalerweise ist in so RPGs und Rollenspielen ja eigentlich so, dass man den Hauptkarer immer in der Party hat. Und wenn man... Also man muss eigentlich selten... Ups. Wirklich andere Leute spielen, das wollte ich nicht. Ah. Und Melia tot. Ups. Nie passiert. Das war keine Absicht. Ja. Ich find's cool, dass man hier auch mal andere Charaktere spielen muss. Und da wir ein Kampftutorial bekommen haben, müssen wir wahrscheinlich auch kämpfen. Ich muss sagen, ich erinnere mich nicht mehr dran, aber es ist wirklich gerade so. Okay, hier am Rand ist nichts außer der Tod. Von daher laufen wir über diese krasse magische Brücke zu diesem Feind. Hallo, du. Nero Andos, Level 32. Und wir sind Level 42. Na dann. Na dann. So. Elemente gerufen. Und Elemente abfeuern. Plopp. Plopp. Und noch ein bisschen Wasser. Nochmal Blitz. So, eigentlich kann ich auch mal so draufhauen. Plopp. Wird nicht viel Schaden machen, aber immerhin. Wir haben langsam gemacht und schon erledigt. So. Lächerliche Prüfung. Das ist überhaupt keine Herausforderung für uns. Überhaupt. Gar nicht. So, weiter geht's. Magische Brücke. Yay. Ich fände es, glaube ich, sehr gruselig, hier drüber zu laufen. Aber ich finde es an der Wand hier cool. Diesen ganzen Inschriften. Hm. Ob das vielleicht Berichte sind über die Uralen und Vorväter, die auch schon hier waren oder so? Das könnte ja sein. So, so Grabstein mäßig, so ähnlich halt. Ha. Jedenfalls mag ich den Gedanken. So, hier haben wir ein Sammel-Items hier drin. Spiral-Lamp. Wir brauchen noch ein paar Sammel-Items für Colony 6. Ich glaube, blaue Marienkäfer und Schnee irgendwas. Wobei ich ja gar nicht mehr weiß, ob es die hier in der Gruft gab. Oder generell irgendwo im Meer draußen. Aber ich nehme ja sowieso alles mit, was hier rumliegt. Von daher werden wir es schon irgendwann finden. Ein Harmonie-Gespräch. Was bestimmt nicht geht, da wir alleine sind. Ah, wir haben es mal in der Liste. So, zack. Ich glaube, da drüben wäre quasi der gleiche Weg gewesen. Nur von der anderen Seite. Oder ist da drüben auch noch was? Uh, hier sind Feinde. Wo, wo, wo? Level 33. Ich habe das Gefühl, wir sind so ein kleines bisschen überlevelt. Hm. Ja. Elemente rufen. Könnt ihr mal auf einen Haufen kommen? Das wäre voll praktisch. Dann kann ich euch nämlich beide mit dem Feuer gleich treffen. Dann könnt ihr beide ein bisschen brennen jetzt. Ja, finde ich gut. Dann können wir nämlich beide Brandschaden. Ist das nicht praktisch? Und man merkt schon, dass wir das Elektrodingens gelevelt haben. Das kommt nämlich wirklich viel schneller wieder. Viel schneller aufgeladen, der Blitzruf. Finde ich schön. Und, oh, er ist gerade verbrannt. Hm. Das war ein sehr unspektakuläres Ende. Jo, aber die haben alle Silberne Schatzkisten bisher. Das ist ja nett. Da war da gerade ein Hemd dabei. Ein neues Oberteil. Vielleicht für uns, was irgendwie ein bisschen, ähm, weiß nicht, edler aussieht. Knasttop. Das klingt jetzt nicht so edel, aber schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, doch. Passt jetzt halt nicht mehr so zum Rest, aber sieht ein bisschen ordentlicher aus wie hier drin. Ich weiß nicht, ob man hier so mit Dschungelkleidung rumrennen sollte. In diesem heiligen Ort der Vorfahren und der Prüfungen und, hm. Naja, so. Hier scheint es dann unser Ziel zu sein. Du hast gut gemacht, meine Zettel. Descendant? Are you the progenitor of Antiqua? Think of me as a recreation of said ancestor, possessing his thoughts and speech. But he passed away thousands of years ago. Do not mistake me for a living being. I am a replica of your ancestor. I am merely a projection of what you would be if you were to meet him now. I do not understand. But I do not suspect any falsehood in your words. It is beyond doubt. If I could feel, I would feel joy. I am not real, but I do not lie. Joy? What do you mean? The results of the gene analysis show Holmes' gene integration of 80%. Estimates suggest evolution within eight generations. Our wishes are almost fulfilled. Wishes? Our purpose, as decreed by the Bionis, is linked to our genetic sequence. We have spent millennia analyzing sequences to free ourselves from the curse. Only a certain gene set will unlock the mechanism and set us free. I still do not understand. It is of no consequence. I grant you this seal. Is this...? It is you who will rule the High Entia, and likely be their last. Revealed ancestor, I... Go forth and rule my descendant. So, the spirits look favorably upon you. Explain yourself. Only Imperials are permitted to enter this place. I am the subject of Her Highness the First Consort. I need no permission. Mother's subject? No impure child of the Second Consort has the right to refer to the First Consort as Mother. I... A filthy Homs half-breed has no right to the throne. Who puts a great big hole somewhere like that? As I explained, it's a defense mechanism. What a mess, Rhyne. Friend not clever touching button. I'm with these guys, Rhyne. How was I supposed to know that was gonna happen? What about your visions, eh? You think the two of you could come up with something? You know it doesn't work like that. It would have been useful, yes. Pair of fortune-telling frauds. You got us into this mess. And it's not the first time either. Hm, Rhyne, agree with Shulk. Why is it my fault all of a sudden? This time it is your fault. Precisely. Well... Be thankful that we are all alive. I suggest greater care next time. Our journey will be longer, but we can still make our way deeper into the tomb. Okay. We can't waste another second. Melia needs us. Oh, wie sie alle auf Rhyne rumhacken. Das war doch keine Absicht. Oh. Okay, ich wäre in dem Moment wahrscheinlich auch ein bisschen sauer. So, beim nächsten Mal werden wir dann... Uh, wie gut, dass wir Badeklawatten haben, was? Wer passt denn für hier? Beim nächsten Mal werden wir dann hier, ähm, durch all diese Türen gehen. Ich weiß noch nicht, ob durch diese oder durch diese. Schauen wir mal und die Gruppe der Entier erkunden und Melia retten. Also dann. Ciao, ciao.